Idiot. Lauft rückwärts und direkt in mein Schussfeld rein. Und im Kopf... Also, das ist nicht bei A. Halt die Schnauze. Ja, aber die müssen aber den Weg gehen, wo ich bin. Ich hab den ersten. Ja, weil ich ihn angedamaged hab. Ja, ich auch. Danach hab ich ihn noch weggewollt. Da oben rennt einer rum. Wo? Markieren. Ja, der ist markiert. Seh ich nicht. Jetzt nicht mehr. Der ist direkt am Fahrzeugterminal, also nicht da, wo du bist. Ich bin direkt hinter euch. Da oben am Turm ist er. Hab er ihn? Wurde er angesnipet. Oh. Oh! Ich hab ihn nicht, hab ihn nicht. Ja, ich bin tot. Ich hab ihn auch noch gehabt. Ich fall direkt hinten dran. Ja, ich auch. Komm der nächste. Komm der nächste, komm der nächste. Guckst du? Ja, ich seh ihn. Der ist auch wieder da hinten auf dem Turm. Die Leute, die auf die Türme raufspringen, sind richtig assi, weil die sind dann hinter uns. Schwerer gegen eine Vereinheit gesichert. Alter, der Damage zieht mal drei Schüsse. War wieder 100er weggemacht. Ich bin tot, alter. Ey, ich bin richtig gut. Ich hab fast ne 2er KD. Und das obwohl ich eigentlich die ganze Zeit hier meine Kissen im Infanterie-Kampf mache, weil meine Panzer nur geplatzt sind. Kannst du davon unterfahren kannst. Oh, schon wieder fliehen, Alter. Kollege Schnürschut, du nervst mich hier. Bleib dein Vorsicht nicht stehen an dem Turm. Oh, come on! Warum war der jetzt nicht markiert? Da ist wieder einer. Äh, da ist eine Galaxy gerade über den A-Punkt geflogen. Und sie ist aber kacke, ne? Ja, hab ich gesehen. Ja, und sie hat getrappt. Boah, wie schnell macht der mich tot? Mach sie mich auch. Sie haben einen genommen? Ja, natürlich. Super, kurz vorm Sieg. Da kannst du auch ein bisschen fluchen, oder? Kann man das übrigens, wenn? Alter von hinten. Sven, da ist ja bei dir oben. Hab ihn. Es gibt es nicht. Da ist noch einer. Hab den auch. Hört, wird geholfen von der schweren. Ja, ich hab's gesehen. Ich hätt's auch, glaub ich, nicht geschafft. Da ist noch einer. Bis drauf. Muss erst mal retten. Der ist hinterm Stein, den kann ich nicht mehr abschießen. Hab ihn. Jawohl. Gutes Teamwork. Einer muss zu sterben. Oh, er schießt wieder auf mich. Von hinten einer. Ja, aber ich hab ihn so abgelenkt und vom Stein weggezogen, dass Sven ihn dann schön nehmen konnte. Manchmal muss man sich als West-Team-Opfer. Was sind wir am Turm oben, Sven? Ja, ich hab wieder einen davon. Wir sind bei drei, wie kommen die da hin? Keine, an den Schein hat auch nicht so sicher. Nein, ich hab' die Zeige holt. Aber da sind noch mal zwei oben. Ja, weiß ich jetzt hochgesprungen in die Erwixxer. Ich hab' die Sunny, ich hab' die Sunny. Ich hab' die Sunny. Ich hab' die Sunny. Ich hab' die Sunny. dann steht es dauern und brust vor und schüsse naja perfekt direkt zur markus schwere oder naja medik wäre auch cool oder medik genau ich wäre mache es auch scheiße ich hänge am baum sitzt genau auf dem baum direkt überall muss ich glaube ich hunder kommen ohne zu sterben also meine börse hast dann der maus funktioniert ich habe mit der blitzen sporn bieten weggeholt größere distanz aber mich jetzt so ich bin tot kommen und so mein gott gut war kann es auch verloren dann gehen wir noch nason oh man nein verlieren wir auch kam gerade ein richtig guter infanterist reingeht man es von wegen platz crane station wo kommen wir jetzt hin crane station okay nach quay oh da hat man viel zu tun oh geiler scheiß den schutzschild und noch ein kill gemacht das geschieht habe ich noch nie benutzt die markus wir müssen von der nachbarstation kathachin harris erholen außenposten landen du idiot laut rückwärts und direkt in mein schussfeld rein von komischen auf macht nicht um markus mit heimann oder sich mit lightning ziehen wir wollen dann komm harry aua was ist das überleben hier ja ich bin schon bei der base gut ich geh aus diesem geschütz raus dass man hier schon wieder von arsch ist warum fährst du jetzt da weg nicht ich guck gerade okay die seite wirklich das stimmt ich komm schon stirbst du jetzt ne ich sterbe jetzt nicht naja aber der stirbt und du stirbst du stirbst du stirbst nicht Mann wie schlecht ich bin wie immer Schnauze ja ist klar warum bist du nicht du hattest kein Leben oder? ne ich hatte nur ne ich hab volles Leben gehabt hä ich hab dich nur alter ich stand also ich hab als Schützschild bisschen verloren aber das ist wieder diese mega logik ich stand ja draußen schon ja aber ich stand ja schon oh perfekter Moment alter ja sag ich ja das funktioniert hier auch also es ist viel schwerer wie ein Battlekill zu machen da war doch mit Kärchen bei Jung wird sterben 3-fach kill, 4-fach kill, 5-fach kill, jawohl jetzt lauft das hier bei Futur ah geiler Scheiß, geiler Scheiß, Jungs da wo sind die Dreckswarnungs? da ist es Sandy es ist Sandy, come on, Marco, du darfst in Phantom of the Rest rapen dreck vorn fuck 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 gekillt das sind viele ja ganz viele habe ich keine lust mehr mich abballern zu lassen gehen einmal rappen und dann fahren wir dadurch der erste macht nur zwei schossen tötet mich ja war los wie 452 807 punkte alle poli ja klar überlebt halt einfach drei schüsse oder so eine max da ist ich will diesen sandy sprengen dann macht die ganze zeit die infanteristen davon also was halten wir aus ab und tschüss sollen wir haben die infanteristen weg zwei kids noch gemacht obwohl ich gestorben war das mal egal manchmal muss man sich am stein so ich glaube es haben wir ein bisschen luft bekommen dadurch oder ja das ist der futter hat auch wer war es war nämlich mit ich habe den nächsten gefunden ja ich komme wo markieren direkt vor uns ich weiß nicht ob ich noch ein kleinkrieg vor hinten sind sonst ein heavy drin auch cool nein habe ich nicht gleich gekriegt mehr zwei stück habe ich aber ich habe ein brenn geschossen und kill es ist ja wohl da hat er nicht erwartet und nach einer alter ich gehe und die schmieds katze hat in der ecke direkt in der ecke aber ich bin ja wie schmieds katze durch ja ich habe ich habe zwei sandra mit gesprengt die haben wir die ganze entwander ist ja ich habe 27 23 ohne uns werde gar nicht da in der nähe gekommen oder unsere die beste unserer tanze an sie genau so wo gehen wir jetzt zu wapen jetzt sind sie ja ich habe dann ich habe dann